Caro, bitte zeig doch nochmal diese Zeiteinteilung bei BTC, wann wieder All-Time-High sind. Du meinst hier das, was wir zwischen den Halving-Perioden haben. Ich gehe mal auf den Wochen-Shot, dann sehen wir das eindeutig. Ich habe da die Gantt-Box genutzt gehabt für. Und oftmals, das ist das Interessante dabei gewesen, wenn wir die Gantt-Box nehmen, zwischen den Halvingen immer, waren wir ungefähr zwischen der 25er und der 38,2er, haben wir immer den Höhepunkt erreicht gehabt. Und wenn wir das Ganze auf das nächste Halving beziehen, schaut mal, fast immer in dem Bereich hier am Ende, bei den 38,2, aber immer hier zwischen den All-Time-High erreicht. Wann haben wir das hier gehabt? Und auch hier haben wir das immer in diesen Bereichen gehabt. Schaut euch das mal an. Hier eigentlich das 1. All-Time-High genau bei der 25, das 2. All-Time-High genau bei der 38,2, aber auch ungefähr dort. Und dann, wenn wir einfach einen Schritt weiter gehen und sagen, hier ungefähr wird das nächste Halving sein, ja, 2024, hier wird das nächste Halving sein. Das Halving da drauf wird irgendwann hier 2008 sein, März, April, keine Ahnung wann, je nachdem, wann die nächsten 210 Blöcke von diesem kommenden Halving aus gemeint werden. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, dann wird wahrscheinlich das nächste All-Time-High hier irgendwo zwischen sein. Das wird wahrscheinlich hier in diesen Bereichen. So, hier wahrscheinlich in diesem Zeitraum und zu diesen Preisen werden wir wahrscheinlich hingehen mitbekommen. Warte mal, ich nehme das mal alles raus. Wahrscheinlich wird das Ganze so aussehen, dass wir, na, wo ist mein Stiftchen hin? So. Das werden wir hier nochmal weiter runtergehen sollten, hier runtergehen, Wupp, 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 hier beim Halving langsam anfangen hochzugehen, hier ein Wupp sehen, vielleicht ein Double Top, weiß man nicht, und dann von hier aus langsam wieder runter, bis wir nicht hier irgendwo gehen und dann fängt das nächste Halving an und bang, und hier geht es wieder weiter. Ich denke mal, so wird das sein. Welcher Zeitphase wird das ungefähr ergeben können, wenn es wirklich so verläuft wie in der Vergangenheit? Das könnte hier zwischen, ne, März 25 und September 25. Kommt sogar ungefähr hin. Ich denke mal auch, das wird wahrscheinlich wieder zum Ende des Jahres dann, ich tendiere eher meistens zum Ende des Jahres, weil in der Vergangenheit das oft so war, dass wir erst am Ende des Jahres, Anfang des darauffolgenden Jahres, die All-Time-Highs erreicht haben, wird wahrscheinlich auch so sein. Ich denke mal, Ende 2025 wird der nächste Bullrun Top dort sein. Ob wir dann zwischen der 80.000 und der 25.000 werden wir dann sehen. In jeder unserer Videobeschreibung unten findet ihr einen Link zu Bitwavo. Meldet euch an und ihr bekommt 10 Euro und die ersten 1000 getradeten Euros sind über unseren Link gebührenfrei.